Willkommen zu diesem neuen CSGO-Podcast. Heute geht es um Skins, ist gleich Skill. Bring Skins Skill? Wird man besser, wenn man Skins besitzt? Oder ist es völlig irrelevant? Also haben Skins gar nichts mit dem eigenen Spielskill oder mit dem speziellen Waffenskill zu tun? Ich habe persönlich tatsächlich schon folgende Situation erlebt. Ich war im Matchmaking, war nicht so extrem gut und einer meiner Mitspieler hat dann, nachdem ich irgendwas verkackt hatte und er das eben gesehen hat, sowas geschrieben wie Hä, du hast Knives im Inventar und bist aber schlecht. Damit konnte ich gar nicht viel anfangen. Also ich habe den Zusammenhang nicht verstanden, den er da scheinbar sieht. Wenn man Skins hat, dann muss man auch gut sein. In der Theorie kann man das, denke ich, auch unterschreiben. Also nur wenn man Skins im Inventar hat, heißt es nicht, dass man Skill hat. Dann gibt es aber auch folgendes Beispiel, das ich zum Beispiel an mir selbst gespürt habe. Und zwar, früher habe ich sehr ungern die Glocke gespielt bei den Tees. Ich habe eigentlich immer direkt die Tech-9 geholt oder halt irgendwas anderes. Die Glocke konnte ich einfach nicht. Eben gerade auch aus dem Grund, weil ich sie ungern gespielt habe. Man spielte dadurch ja nur ganz, ganz selten. Das heißt, man hat damit keine Übung und kann sie auch nicht gut. Ich denke, das ist ziemlich logisch und macht hier auf jeden Fall auch Sinn. Dann habe ich irgendwann von euch eine Water Elemental Glocke bekommen. Und das ist meine absolute Lieblingsglocke, ein extrem schöner Skin. Die Waffe sieht damit einfach ultra edel aus. Und dann habe ich wegen diesem Skin, weil ich ihn so schön finde, angefangen die Glocke zu spielen. Einfach nur um ihn zu sehen. Und mit dieser Übung, die dann plötzlich dazu kam mit dieser Waffe, ist mein Skill mit der Glocke auch gestiegen. Wegen dem Skin. Beziehungsweise wegen diesen zusätzlichen Übungsstunden, die ich mit der Waffe hatte. Weil mir der Skin so gut gefällt, der auf ihr drauf ist. Somit kann man schon irgendwie sagen, dass Skins für zumindest einen bestimmten Waffenskill irgendwie verantwortlich sein können. Weil man diese Waffe eben gerne spielt, weil da so ein schöner Skin drauf ist. Ganz wichtig ist dann natürlich die Frage, wie ihr das seht. Habt ihr auch schon mal ein ähnliches Beispiel erlebt, wie ich es erlebt habe? Oder ist es für euch vollkommen fremd und ihr hört jetzt zum ersten Mal, dass man durch einen Skin etwas mehr mit einer Waffe trainiert? Oder sogar deutlich mehr mit einer Waffe trainiert und dann dadurch auch besser wird? Also zusammengefasst einfach nochmal meine Meinung. Ihr merkt, das ist leider ein sehr kurzer Podcast. Skins an sich haben nichts mit Skill zu tun. Wenn man Skins im Inventar besitzt, dann liegen sie da rum und fertig. Skins können einen aber dazu antreiben, mit einer bestimmten Waffe öfter zu spielen. Genauso wie aber auch zum Beispiel ein Video von einem Profi, den man sehr gerne schaut, einen antreiben kann, jetzt speziell diese Waffe zu spielen. Es gab zum Beispiel früher zu Source-Zeiten, da waren einfach diverse Waffen auf einmal ultra auf den Public-Servern genutzt, weil ein ganz spezieller Lieblingsspieler von den meisten Leuten, die das eben so spielen, diese Waffe benutzt hat. Und somit hat hier dann plötzlich jeder gespielt und ja. Im Grunde ist es ja egal, welcher Grund einen jetzt dazu führt, eine gewisse Waffe zu spielen, solange man eben eine gewisse Waffe spielt und dies öfter, über eine gewisse Zeit hinweg. Dann wird man damit auch besser und erlangt dann dadurch auch einfach den Skill mit dieser Waffe. Am Ende ist die Frage noch offen, wie kommen diese Leute darauf, dass Skin gleich Skill bedeutet? Ich denke, es hat wahrscheinlich auch einiges mit diesen ganzen Pro-Spielern zu tun, die eben sehr krasse Skins haben. Vielleicht verbindet man dann automatisch so per Schnell-Assoziation. Ah, der hat krasse Skins, der ist gut, das sind die Profis, die schaue ich gerne, die haben halt die Ultra-Skins, weil sie auch Verträge haben und die Skins geschenkt bekommen und pipapo. Und ich denke, viele verknüpfen dann einfach direkt in ihrem Hirn, Skins ist gleich gut, Skins ist gleich Profi und so weiter und so fort. Weil warum sollte ein No-Name schlechter Spieler Silber 1 jetzt mit einer Dragon Lore rumlaufen und 80 Knives haben? Höchstwahrscheinlich kommt das dann so zustande. Hinzufügen könnte man dann vielleicht noch, dass man irgendwie auch davon ausgeht, dass wenn jemand Skins hat, dass er schon länger spielt. Also man sieht nicht so oft jetzt einen Account, der einen Tag alt ist, der ganz, ganz viele Skins hat. Das ist ja eher selten. Die meisten bekommen dann erst mit der Spielzeit über Waffen getroppt und dann gambeln sie vielleicht oder stecken Geld ins Spiel oder in Gamble-Seiten und ergambeln. Und erkaufen sich somit ein Inventar und das braucht ja seine Zeit und dann geht man automatisch davon aus, dass sie auch viel spielen und dadurch dann vielleicht besser sind. Aber natürlich kann man da pauschal nicht von ausgehen. Also gerade weil man sich Skins ja auch einfach kaufen kann oder sie ergambeln kann, dann würde ich dann eher sagen, dass jemand vielleicht ein geschicktes Händchen dafür hat, gute Gambling-Seiten rauszusuchen oder halt einfach auch viel Glück hat und eben oft gewinnt. Aber jetzt speziell auf den Spiel-Skill in CSGO kann man das, wenn man ganz genau drüber nachdenkt, nicht wirklich beziehen. Es gibt sicherlich Ausnahmen im ganz kleinen Rahmen, wie zum Beispiel mein genanntes Beispiel, dass ein Skin einen dann dazu beflügelt und Pipapo. Ich habe es ja eben schon erzählt, ich will mich jetzt nicht tausendmal wiederholen. Aber im Endeffekt kann man glaube ich doch sagen, dass Skins nichts mit Skill zu tun haben, sondern einen maximal dazu antreiben können, mehr zu üben. Und dann ist wiederum die Übung das, was den Skill bringt und nicht der Skin. Ja, soweit, so gut. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Natürlich könnt ihr wie immer gerne grundsätzlich unter den Podcasts und auch unter allen anderen Videos neue Podcast-Themen in die Kommentare schreiben, also Themen, die ich eurer Meinung nach noch behandeln soll, über die ich noch nicht gesprochen habe, die euch gerade sehr interessieren, die euch am Herzen liegen und so weiter und so fort. Hier am Ende in der Endcard findet ihr wie immer die Playlist, die letzte Folge, also der letzte Podcast und noch irgendein random Video, keine Ahnung. Also wenn ihr weitere Podcasts sehen wollt oder mich gerade ganz frisch entdeckt habt, dann klickt einfach auf die Playlist da oben. Und dann seht ihr die anderen Themen, unter anderem Cheater, Griefer und was wir sonst noch alles hatten. Vielen Dank fürs Zusehen bzw. Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.